Und wir haben immer einen bestimmten kleinen Kühlschrank mit Wasser, mit Wasserflaschen, die man sich einfach immer so nehmen kann. Und hier ist dann? Hier ist dann die Lade, wobei wir dann eben, wenn wir die Mütte nicht haben, ist auch draußen auf der Wiesematte, aber im Moment heute auch drin.